Der Fußballstar Cristiano Ronaldo sorgt immer wieder für emotionale Geschichten. So wie nun auch in dieser Story. Erst kürzlich hat er mit seiner Nationalmannschaft im Finale für einen Gänsehautmoment gesorgt. Er und sein Team haben das Spiel gewonnen. Und dann wurde erst mal ordentlich gefeiert. Doch er erlebt im Teambus mit seinen Fußballerfreunden einen hochemotionalen Moment. Denn plötzlich kommt ein elfjähriger Junge und hält ein Schild hoch, wo drauf steht, Ronaldo umarm mich. Was man vielleicht dazu sagen sollte, ist, dass der Junge an Leukämie erkrankt ist. Als Ronaldo das bemerkt hat, hat er ohne zu zögern den Bus stoppen lassen. Und das alles nur, um dem kleinen Jungen seinen Wunsch zu erfüllen. Und genau dieses Video verbreitet sich gerade rasend schnell im Internet. Hier könnt ihr den Jungen zusammen mit Ronaldo sehen. Und das ist nur ein Beweis von vielen, dass Ronaldo einfach ein großes Herz hat. Was sagt ihr eigentlich zu der Aktion von Ronaldo? Und was haltet ihr überhaupt von ihm? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check The Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben.